Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu The Rayman Story of Seasons. Hatte ich jetzt schon mit Uri gesprochen? Nein, hatte ich noch nicht. Okay. Das heißt, Uri habe ich jetzt schon mal abgecheckt. Hier ist weiter nichts. Dann gehen wir mal zu unserer Farm. Okay. Sammeln wir hier noch ein bisschen was ein. Damit hier auch endlich mal ein bisschen Ordnung reinkommt. Ich habe jetzt auch ein bisschen einen Hammer. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Haben wir noch gar nicht eingesetzt. Ähm, da. Zack, 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 zack. Bevor ich jetzt hier unten alles leer mache, sollte ich erstmal auf die andere Ebene gehen. Mich hier oben und hier alles leer machen. Äh, da, 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 da. Wo haben wir es? Da haben wir es. Voll. Was war jetzt eigentlich so? Ja doch, eigentlich geht das. Ich habe nicht so viel Ausdauer verbraucht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Schaffe ich den kaputt zu kriegen oder nicht? Wichtig ist erstmal hier mehr ein bisschen Platz wieder zu machen. Das ist erstmal so das Wichtigste. Ansonsten, ja, passt das eigentlich? 30, 20, ja, ist jetzt nicht viel, aber naja. Mann, du stehst immer im Weg. Steine, wunderbar. Dann gehen wir auch mal uns hinlegen. Und schlafen legen. Mampf, mampf. Ne, ich hatte mit, glaube ich, allen schon gesprochen. Legt ihr euch mal hin. Äh, setzt ihr mal hin. Ich leck mich hin. Okay, nachtlich morgen, Kumpel. Das war ja auch einiges, was wir da bekommen haben. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Also, ähm. Es verwirrt mich immer wieder, dass hier dann still ist, wobei es hier nur dieser morgendliche Frühstücksevent ist, wo nichts passiert. Ernsthaft? Immer besser anfreunden. Danke, Nobby. Noana steckt voll Enthusiasmus, ne? Ein Geschenk für mich. Danke, Kumpel. Tipp, wund jetzt bei uns. Ilumananischer Roboter ist unser Freund geworden. Wahnsinn. Lass mich dir helfen. Danke. Aber, wo ist der Haken? Hast du ja schon die Namen der Leute in der Stadt gemerkt? Bö. Dass du mir hilfst, ist mehr als genug, aber ich weiß, das zu schätzen. Ich führe genau ein Buch über meine Forschungsergebnisse. Ich glaube, damit habe ich die alle erstmal erledigt. Hm. Wir machen erstmal die Erdbeeren. Mist, ich dachte, die wären dann fertig. Okay. Wir machen jetzt hier weiter. Da. Ist der jetzt eigentlich schneller oder nicht? Oh, die Kartoffeln werden fertig. Ich glaube es ja nicht. Dass ich das noch erleben darf. Ach, Doraemon. Auf jeden Fall kostet das Ernten nichts an Energie. Deine Gießkanne ist leer. Was ist denn sowas? So, dann schön die Kartoffeln ernten. Ich hoffe mal, die bringen gut Geld. So, wenn ich erntet habe, hat er schon mal wieder gegossen. Das ist auch gut. Was bringen die denn jetzt? 320 pro. 320 pro. 320 pro. Wie viel habe ich zur Zeit? Damit könnte ich mir die größere Tasche holen. Und ich muss Aufgabe erledigen. Drei Kartoffeln. Das wäre 960. Oh Gott, das ist günstig. Könnte noch gucken. Oh, mit Pip habe ich noch gar nicht gesprochen. Ich wollte noch... Naja. Geschenk hat sich erledigt. Ein neuer Tag auf der Farm, um alles zu geben. Aber Doraemon hat schon angefangen. Ich bin spät dran. Ich hoffe, er ist nicht sauer. Ähm, ich frage mich, wo er ist. Nanu, das ist... Das ist Pip. Er starrt irgendetwas an. Starrt er Doraemon an? Ich schätze, es kann lustig sein, Doraemon an zuzusehen. Manchmal macht er echt komische Sachen. Wenn ich weiter hier rumstehe, finde ich, ist Niri heraus. Ich werde ihn einfach fragen. Hallo Pip, du hast Doraemon zugesehen, stimmt's? Korrekt. Nobita, Nobby. Nobita würde auch reichen, weißt du? Also, mal sehen. Hm. Macht es Spaß, ihm zuzusehen? Spaß, analysiere. Negativ. Observation ist kein Spaß. Warum hast du ihm dann zugesehen? Warum? Keine Antwort gefunden. Ich verstehe. Wenn ich so darüber nachdenke, hat Pip in letzter Zeit uns alle angestarrt. Sag mal, Pip. Würdest du gerne bei der Arbeit auf der Farm helfen? Arbeit, Farm, helfen, analysieren. Ich würde dir Spaß machen. Befehl akzeptiert. Hä? Befehl? Nein. Es war kein Befehl. Ich dachte nur, dass du vielleicht Lust dazu hast, weil du uns immer zuschaust. Analysiere. Ähm. Wolltest du gar nicht auf der Farm mitarbeiten? Analysiere. Der Begriff Wollen kann nicht verarbeitet werden. Keine Antwort gefunden. Fehlerdetails. Wollen. Korreliert mit Grundbedürfnissen. Der Illumana. Scant läuft. Fehler. Funktion nicht gefunden. Das Konzept Wollen kann nicht verarbeitet werden. Bitte Eingabe. Hm. Also, ich denke zum Beispiel, ich will mich rausruhen. Oder ich will spielen. Denkst du denn, dass sowas nie... Negativ. Ich weiß nicht, was Wollen ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Pip. Ähm. Hm. So, jetzt brauchen wir erstmal... Genau, dich. Fragt mich das nichts mehr, wenn er Hilfe braucht. Okay. Nein. Nein. So, hier noch ein Geschenk. Und nochmal reden. Hm. So, den... Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, habe ich irgendwelche Rezepte mit Kartoffeln? Habe ich irgendwelche Rezepte mit Kartoffeln? Ich brauche eh Schneebesen. Nudeln brauche ich Öl und Mehl. Einen Dampffisch. Einen Dampffisch. Einen Dampffisch und ein Topfset. Also, ich brauche ein Topfset, Schneebesen und einen Ofen. Ich glaube, das ist erstmal das, was ich mir als erstes holen sollte. Aber die Kartoffeln brauche ich zurzeit nicht. Das ist schon mal gut. Moment, heißt das eigentlich jetzt wieder, da sind irgendwo neue Aufgaben? Ne, ne? Achso, Oma Postkopf. Hm. Freu nicht mit Fippmann, habe ich doch. Aha, 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 aha. Ist so elendig lang, die Liste. Hm, hm. Sack, das nehmen wir auch gleich mit. Ja, wir wollen besser Freunde werden. Rüben, Erdbeeren, Erbsen. Wir sind gar nicht so welche Sachen wie, ne? Ach, Tage. Was hat die für krumme Preise auf einmal? Ich glaube, die waren vorher teurer, kann das sein? Na gut. 18 Stück möchte ich bitte. Oh, ein Geschenk, danke. So, mit dir wollen wir da nichts weiter. Nein, nein. Ich habe keine Lust, da weiter mit dir zu reden. Ich weiß nicht, meine Tiere müssen mich auch noch kümmern. Ich glaube, sonst wären die nämlich vielleicht krank. Okay. Haben wir hier was auf dem Brett. Ambussprossen. Ich weiß nicht, ob ich welche habe. Masolax. Fünf Kupfer. 120 Gold. Ne. Ein Gelbling. Ja, das kann ich machen. Ah. Ah. Gut, es bissert aber auch die Freundschaft auf. Ich weiß nicht, ist der große Fan von den ganzen Sachen, die sie da haben wollen. Aber egal. Machen die erst wieder um 10 auf. War das das? 10, okay. Danke, das mag ich sehr. Okay, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Ah, das ist doch... Okay, mal so lange zur Schmiede. Nope. Wo ist der Papa? Der schläft schon mal nicht. Das ist gut. Aber wo ist er dann? Wo ist Gognia? Wo ist Gognia? Das soll hier irgendwo sein. Da ist er ja. Dann fehlen mir noch die Krankenhaus. So, und jetzt möchte ich mit dir reden. Erledigt. Mit dir hatte ich schon. Kann ich etwas für dich tun? Enna Trank. Stellt ein wenig Ausdauer wieder her. Offenbar gibt es die in verschiedenen Farben. Stellt eine Menge Ausdauer wieder her. Ein Schluck davon und du fühlst dich viel munterer. Tiermedizin und Rodeys Elixier. Erhöht die maximale Ausdauer. Oh, das ist ja eigentlich schön. Ein Herz mehr wäre doch eigentlich gar nicht schlecht, oder? Von der Zwischenzeit haben wir es übrigens jetzt 10 Uhr. Kochgerät. Ha, 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 ha. Oh, shit. Wow. Rezepte kaufen. Backen, Süßkartoffeln, Kirschkuchen, Rezeptfischen, Ketchup, Soße, Ketchup. Ah, Brot. Zutaten kaufen. Ha, Brot. Hm. Ja. Hm. Also. Ich habe jetzt nur einen Schneebesen gekauft. Stellt euch mal in die Küche und macht mal mit dem Schneebesen was zu essen. Ohne, dass ihr einen Topf habt oder einen Herd oder einen Ofen oder sonst irgendetwas. Ihr habt nur eine Küche. Das funktioniert nicht. Kann ich euch jetzt schon so sagen, wie es ist. Aber hier in Doraemon geht das. Ich möchte es jetzt nicht kritisieren. Ich finde es nur gerade lustig, dass genau sowas dann funktionieren würde. Ähm. Aufteilen. Ähm. Ähm. Nein. Pfff. Uh, davon fehlt mir echt noch einer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich brauchte das. Ich brauchte das. Und was war das andere, was ich brauchte? Ich hab's vergessen. Was war denn das andere? Ah ne, der Gäbling, genau. Nur eine Bambussprosse fehlt mir. Oh Mann. Die Kuh einmal zu wenig gemolken? Ernsthaft? Ich muss das Material in der Tasche haben. Ich glaub's nicht. In der Kühlbox? Das könnte natürlich Sinn machen. Wenn das funktioniert, okay, dann macht das Sinn. Ja, so macht das Sinn. Wenn es da sein muss, ist in Ordnung, hab ich sogar einen Lagerplatz mehr. Nein, 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 stopp dich, bräu doch. Ah, jetzt seht ihr. Seht ihr? Zwei Stück kann ich machen, okay. Oh, und ich hab mir was Neues ausgedacht, was denn? Schön, sagt er mir nicht, ne? Was denn? Rezept grüner Eintopf. Ist es das, was ich mir ausgedacht habe? Ne, irgendwie glaub ich das nicht. Passt ja irgendwie nicht. Ah. So, was gibt das jetzt an Geld? 240. Rechnen wir mal. Ein Ei gibt 70. Und die Milch kann ich jetzt dennoch holen. Das muss ich ja eh noch machen. Hm. Machen wir es denn da? So. Und. Wunderbar. Äh, nee. Ich wollte jetzt eigentlich... Genau. Und. Wenn wir das erledigen. Äh. Inhalt prüfen. Futter ausgeben. Also, es ist schade, dass man hier so viel wechseln muss. Ah, sie lassen mich nicht durch. Äh, hallo? Lasst mich hier raus. Meine Güte, ey. Ich sperre mich da echt ein. Ach gut. Das Wun darf ich ja gar nicht, äh, streicheln. Genau. Äh. Äh, da, 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 da. Ah, Mann. Was ist denn durcheinander? Gucken wir doch mal. Also, 70 und... 130 sind 200. Und 240. Ah, es sind 40 mehr. Na gut, das läppert sich dann auch auf die Zeit, ne? So ist es jetzt nicht. Es sind 40 mehr. Insofern alles gut. Bevor ich dann... Ja. Doch, mach mal so. Ja. Ist das jetzt die bessere Variante? Ich bin mir nicht gerade sicher. Ich würde gerne schneller sehen. Naja. Was ist jetzt die bessere Variante? Die 40. Ich meine, das kostet das Zeit. Ich habe mich auf die Zeit geachtet. Wissenstechnisch gibt es mir zwar ein bisschen was wieder, aber da hätte ich halt gerne größere Sachen. Äh, ähm. Und geht technisch, ja, muss ich eigentlich erstmal angeln gehen. Gut. Ich gehe angeln. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich sage danke. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trupport Rhein. Tschö, tschö. 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 Tschö.